Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 13. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1041 und heute beginne ich mit einem etwas verspäteten Woche, nämlich erst am Dienstag, wie ihr mitbekommen habt. Ja, was habe ich heute für Themen für euch bereit? Netflix, EU, Nokia, OPPO, YouTube Shorts, Geofencing und AVM. Ich starte gleich mal mit dem ersten Thema. Netflix hatten wir schon länger nicht mehr her in der Daily, heute aber auch nicht mit Filmen, zumindest nicht vordergründig, denn es geht um die Podcast-Projekte, welche Netflix hackt. Denn auch Netflix möchte sich eine Scheibe des Podcastings abschneiden. YouTube oder was soll ich sagen, nicht YouTube, sondern Film- und Serien-Podcasts sind ein Ding, das immer wieder grössere Beliebtheit anstreben. Mein ehemaliger Mit-Podcaster hier im Geek Talk Daily, der Jan, hat ja auch den ein oder anderen Film-Podcast, den er betreibt und da möchte sich anscheinend auch Netflix eine Scheibe abschneiden. Deshalb haben sie sich Verstärkung geholt und zwar bei den Grossen, nämlich bei Apple. Eine ehemalige Apple-Podcast-Managerin, welche bis vor kurzem noch im Apple-Podcast-Team unterwegs war, geht jetzt in Netflix auf und betreibt da oder strebt da eben genau die neue Podcast-Division an. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt und hoffe natürlich, dass wir Podcasts dann nicht in der Netflix-Film- und Video-App anschauen müssen, wie das Spotify mit seiner, ja, lassen wir die Geschichte, ihr wisst, was ich meine. Weiter geht es auch mit einem Sommerloch-Füll-Thema. Die EU will, eigentlich wollte man im Sommer schon, aber jetzt im Herbst, in Richtung Apple schlagen. Und zwar geht es wieder mal um die Möglichkeit, wie Apple seine iPhones mit Strom versorgt, nämlich den Lightning-Adaptern. Man möchte den letzten Vorstoss mit den Ladegeräten noch ein bisschen genauer gestalten, sodass Apple eben gezwungen werden könnte, auf USB-C-Ports zu gehen. Apples Aussage ist wie damals schon, das ist zu viel desgleichen und somit dann auch Behinderung des Wettbewerbs. Ich bin mal gespannt, ob wir im nächsten iPhone schon gar keinen Port mehr finden und nur noch Wireless-Charging oder wie das schlussendlich enden wird. Ich bin mal sehr gespannt. Zumindest werden wir sicherlich noch nicht beim nächsten iPhone eine Auswirkung sehen, wenn frühestens erst beim übernächsten. Aber das wollen wir dann mal erst sehen, wenn es dann soweit ist. Nokia verklagt Oppo. Ich mag mich noch erinnern, die Zeit rennt auch wie blöd dahin. Im Jahre 2018 habe ich hier in der Daily erzählt, dass Nokia und Oppo, der damals noch sehr kleine Anbieter, in Anführungs-Schlusszeichen, zumindest bei uns sehr kleine Anbieter, von Smartphones ein Abkommen geschlossen haben. Die haben nämlich Patentabkommen geschlossen. Und das macht Nokia gerne. Tut das mit Apple, mit Lenovo, mit Samsung und Co. Da geht es um Patente von allen möglichen Geschichten, vor allem auch um die 5G-Technologie. Und damals hat man ein Abkommen geschlossen über mehrere Jahre. Und dieses Abkommen ist jetzt ausgelaufen. Oppo wollte anscheinend den Deal nicht verlängern, aber dennoch die Patente weiter nutzen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Zumindest, ja, da würden natürlich die anderen Hersteller dann auch plötzlich auf die Idee kommen. Und somit ist Nokia jetzt gezwungen zu klagen. Tut das in Asien, in Europa und in Deutschland. An verschiedenen Stellen mit verschiedenen Beschwerden. Allein in Deutschland sind es 11 in Mannheim und 7 in München sowie 6 in Düsseldorf, die eingereicht wurden. Ich bin da mal gespannt, wie es weitergeht. Denn Oppo ist mit seinem Mutterkonzern und all den anderen Geschichten rundherum kein kleiner Fisch mehr. Nokia grundsätzlich ja auch nicht. Aber mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Und schlussendlich auf irgendwelche Zahlungen, denn ja, man kommt ja nicht rumherum, glaube ich doch. YouTube Shorts. Ich habe schon mal berichtet, dass das irgendwie jetzt in der Schweiz ist. Dann war es dann doch nicht so. Und jetzt kommt es in Beta. Zumindest in Deutschland, auch in der Schweiz startet das Ganze. Habt ihr schon welche erstellen können? Geht das bei euch? Gerne über die Kommentare, über Social Media und E-Mails ein Feedback dazu. Würde mich Wunder nehmen. Ich habe heute zwar ein Video gemacht, aber mich noch nicht mit den YouTube Shorts beschäftigt. Muss ich noch dringend tun. Denn ja, darauf warte ich ja schon länger. Weiter geht es noch mit zwei quasi internen Hinweisen. Zum einen habe ich spontan ein Tutorial zu Geofencing bei D-Link Kameras geschrieben. Und auch noch, sportlich wie es war, ein Video dazu gemacht. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr zum einen im Blog nachlesen, zum anderen eben bei YouTube nachschauen. Links wie immer auf daily.geektalk.ch und im Podcatcher eures Vertrauens. Und da findet ihr auch noch das letzte von heute, nämlich den Link zum AVM Fritz Repeater 6000 Testbericht, den ich veröffentlicht habe. Und wenn ihr das hört, sollte dann auch noch das eine oder andere zusätzliche Bild drin sein. Irgendwie haben sich die Bilder im Artikel verabschiedet. Ja, wird nachgereicht. Aber morgen erstmal, oder besser gesagt heute erstmal Papa-Tag und dann geht es wieder los. In diesem Sinne, euch einen guten Start und einen erfolgreichen Start in den Tag. Habt einen schönen Tag und ja, wenn ihr mögt, bis zur nächsten Folge wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.